Du bist auf der Suche nach einer warmen Jacke, die sowohl im Outer-Bereich als auch in der Stadt funktioniert, dann bist du bei der Quest Insulated Jacket von The North Face genau richtig. Das wasserdichte Drive-And-Out Material schützt vor Regen und Schnee und die synthetische Heatsiecker Isolierung, hält dich auch bei feuchter Witterung angenehm warm. Die Seitentaschen mit Reißverschluss sind gefüttert, sodass die Hände immer schön kurz warm sind im Winter. Außerdem kann man hier auch den unteren Zaum enger ziehen. Bei Regen bietet die Kapuze Schutz und diese kann auch hinten über einen Gummizug enger gestellt werden. Jetzt bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.